er wurde ich noch mal zu machen ist die drei Hälfte so eine Schaubwieser so ein bisschen wo war denn das hat das voll vergessen alle aber auch die Nummer zurück das ist die Kiste die Funktion jetzt sie ist er meine heißen Spitzhacke ihr habt es nicht die Lieberloh oder in der Lage kommt es nicht an Bruder Lauer aus dem Essen oben noch voll viel heißen ja da kann auch mal drin bleiben wo er sich in der Lauer noch ein zweites Lorten an er hat eine zweite höhere zum ist und was sei jetzt zum gehen Wasser ich komme auch nicht mal mein Lob an mein Zeug entkommen wo bin ich hochgegangen hier ne nein mein Zeug ist weg ich kann den Stein auch nicht abbauen ja voll behindert kann man überhaupt nicht abbauen du bist so dumm warum hast du nicht einfach einen Weg außen rum mit geh da auch nicht ich bin sehr krank darfst du ich bin so ein Loop ja irgendwie schon naja hier ist eh nicht so interessant ist und mein Zeug ist sowieso weg von daher Prozent egal wo bist du das sagt was doch der Liga woanders war der ruhig ich höre gerade ich versuche das Wasser abzuhören ich komme ich habe besser Kopfhörer wie du ich kann das besser hören ich habe das Gefühl die Höhe ist über mir ich suche deinen Namen ich sehe das ist kaputt ich bin gerne vorbei wo bist du ich hab noch genug aber ich verlaufe ich sehe gar nichts also dein Name sich ich komme zu dir warte da ich sehe dein Name hallo ah ich sehe dich hallo da rein aber zwar nicht hör mal aber ich habe gar nichts komm mal hierher zu mir ich habe Eisen komm mal hierher und sag mir wo die Lager kommt Moment ich habe gerade Eisen gefunden richtig weit gefunden Digga 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 ich glaube wir das sieht aus als ob wir gleich in die Schlucht reinkommen also ah nee das wäre ah das ist ja ein Scheiß was ist das für ein Behinderter der Grecker da ich habe mich schon gefreut ey komm ich nicht runter doch cool ja ich habe auch gedacht und mit zwei aber da geht es weiter warte mal aber hier geht es weiter ach nee bist du behindert was was machst du du Missgeburt ich dachte du siehst das ich sehe nicht ich sehe eine Fledermau du motherfucker alter kleiner Wichser hässlicher scheiße war ja nicht das war nicht mit ab ich habe genau in dem Moment abgebaut wo du runtergesprungen bist ich wollte es gar nicht abbauen oh man Digga ich sein Bruder lacht sich ein ab halt die Fresse ey nicht du mein Bruder ey ich versuche grad die scheiß Fledermau zu töten aber die ist viel zu schnell für mich oh es ist dunkel ja ich hab sie getötet ich hab aber keine Fackeln ich hoffe mal äh scheiße ich hab gar kein Holz dabei wie soll ich mir Fackeln machen ja ich bin grad woanders als in der Kiste egal ich laufe jetzt einfach mal hier durch EISERN EISERN ausgesehen wenn man zum Wald oder zur Wüste guckt zum wenn du zum Wald guckst naja ah es ist das hat sich voll nicht gelohnt egal es ist auch dass der sich endlich absetzt alter ist eine geile Höhle habe ich erst gar nichts los aber es ist eine geile Höhle EISERN LAPIS LAZULI GOLD Alex ich brauche eine Eisenspitzacke hol dir eine nö kann man LAPIS LAZULI auch mit der Steinspitzacke abbauen schöne Sipper das dachte ich mir irgendwie ich hab Hunger Alex bleib mal dran ich muss nochmal kurz raus das dachte ich mir und wie ich mir das dachte Mann ich will das scheiß Gold ach das ist gar kein LAPIS ok das ist nur oh hier geht's ja weiter höh swag ich werde sie nie wieder rausfinden hab ich so das Gefühl geht's ja weiter oh ja hier geht's weiter Hallo Alter wo ist die ganzen Monster ich rede grad mit mir selber toll Alter AISEN AISEN was bleibt denn der bleibt denn der So, Alex, bin wieder da. Ja, schön. Lüler, die ganze Fuckel hat alles kaputt gemacht. Ja, schon klar. Hab ich doch gerade eben auch schon gesagt. Wie lange nehmen wir noch auf 10 Minuten? Ja, ja. Und danach zocken wir auf den Normalen. Ja, genau. Ich muss mich auch noch kurz was essen. Ich hab so einen scheiß Hunger. So, ich hab 37 Eis. Ich werde es nicht sterben. Prozent von wo bin ich gekommen ja lieber Minecraft Experten zerschlagen hier gerade Kies mit ich dachte was ist das denn mit einem Schwert wie viel Kohle haben wir zwei, das sollte man noch ein bisschen mitnehmen Alex hast du Kohle in der Kiste? äh ne aber neun Stück in den Ofen ich hab nämlich alles verloren ja ich auch ich hab 30 Kurs oder so ja 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 immer mehr alles nachmachen du alter Drecksau Standort Scheiß man hat auch voll viel Redstone ey das fickt mich so meine 4 Redstone 4 Redstone hattest du ey nein wow was ist da alter geil ich hab ne ich hab ne Schlucht gefunden ich hab's gewusst hab ich dir nicht gesagt hab ich's gesagt ja ja Hammer aber ich würd sagen bevor wir hier reingehen ähm tun wir erstmal Ding unser Haus bauen jetzt sogar Redstone oder nicht würd ich sagen doch komm DIMONDS 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 nö war ein Scherz obdachloser ja ich komme zu hoch ich war so eh mal diese eh mal diese eh mal diese kleinen Kinder äh ich muss erstmal wieder rausfinden oh ich seh deinen Namen bleib mal da bleib mal da bleib mal da bleib mal genau da steht nein glaub ich hab's gehört hallo hallo wo geht's raus warte ich nehm noch die Kohle hier nicht oh da bist du reingefallen mach die Fresse ich mach dir mal zu ich mach dir mal zu ey das kostet mich jetzt so an ich hatte war doch nicht mit Absicht deine Geburt war nicht mit Absicht ich der war irgendwie geil was war irgendwie geil ich hab mir gestern im American Pie durchs Klassentreffen reingezogen der war irgendwie geil der war irgendwie geil so ich renne